Her und Willkommen auf meinem Kanal. Marcel darf es zurück. Heute wäre mal eine Runde für Fortnite. Und zwar, wie die meisten schon wissen, ist nun lieber die alte OG-Map zurück. Noch Pleasant Park, Hilton, das ganze machen wir, wie früher war. Die Quisi-Kurve und die ganze Anzeige. Ich würde aber sagen, wir starten gleich rein. Bis gleich. So Leute, jetzt sind wir in der Runde. So dass ihr wisst, wir spielen Ranked Null Baum. Wohin gehen wir denn, würde ich sagen? Ich würde sagen, ja, ich habe schon ein paar Runden gespült, weil es mich noch nicht mehr interessiert hat. Wache ein bisschen Spaß, wenn ich auch mal wieder ein Video zu machen. Wir gehen zu Hilde Towers. Hallo, ich bin Marked. Huam, du bist meins. Du wird es immer sein. Da gibt halt noch die Boogie Bombs und so. Auch noch Waffen. Ja, dein Ernst? Ich habe nur Boogie Bombs gefüllt. So. Ich habe hier warm alle einen Gegner. Besser gesagt. Wenn der Blöte rumsteht, kann ich ja nichts dafür. Ah. Ah, ja. Ah, ja. Munition ist auch wichtig, dass ich immer mit nem Taschenfestung, hm, brauche ich es. Ist nicht zu ganz. Aber, was ich brauche ist das, was da drin ist. das will ich haben und so eine leckere saftige Truhe mit Blu was höchst denn da? Gegner, kommt doch her ich hol mir euch Gegner oh, die haben keine Lust auf mich Gegner, wo seid ihr? ich hätte gerne in den alten Fallen zurück diese ganz alten die ganz alten Traps hätte ich zurück wo es wirklich die Leute mit Tricks trappen was können und so so, ganz schön schnell weg ich weil sonst wäre ich jetzt gestorben in Ruhe mein Hit holen bin mir aber nicht sicher ob das so, ob das so oft geht zumindest ein bisschen Hit kann ich mir mal holen der Rest, hm, naja, muss man dann gucken äh, war hier warum, ok ich dachte immer, dass die Truhen hier in Susan so ok, lol, die sind halt einfach offen oh, na, hier war doch so ist es das kann mir jetzt keiner aber klären du, Eikerswagen fahren uuuuui komm mal ne, ich hab keine dem Büro, warte mal von dem Film muss man einfach sagen, wenn sie sagt du musst, du musst ein Gangster sein wenn sie, wenn du sagst, sie steht noch Gangster wenn sie, wenn du sagst, sie steht noch Gangster einfach nur so machbar im Gegner dauernd einfach nur so machbar im Gegner dauernd so komm, dich hol' ich mir komm, dich hol' ich mir auf komm, dich hol' ich mir auf jawoll ich hab mir gedacht, ich hol' mir den und so, siehst du, ich hab' dich ne, interessant, Waffen für mich gerade tomato town ach, danke ne, das ist der tomato temple, sorry ich hab' dich dann so drum bettelt, dass ich ihn holen probier hier 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 vielleicht noch vorher war ich bin jetzt ehrlich, ich fahr' das lieber ab, weil ich hab' das das gebe ich zu äh aber nein, hier krieg' ich auch keine so richtig auch nochmal aber so oder so so geht's natürlich auch einfach mit der Sniper wegballern mal an so damit jetzt gehen wir mal weiter gucken wir mal die laden natürlich natürlich das das da hinten ist weiter gerannt aber ich bin mir nicht so sicher da wirklich so weiter gerannt ist naja das das ist überhaupt wirklich abgehauen da keine ahnung ob der abgehauen ist oder nicht weiß nicht wer da drückt ist das ich ich jetzt darüber vielleicht ich einen ruck betrieben hätte auch was schönes ansicht nicht mehr bekommen wird wenn ich in aber jetzt weg einfach Euro und BluLive Ja, ich bedoelte mehr. Der war mir doch vielleicht doch ein bisschen zu viel. Was gibt's denn? Warum neben dem Wald gibt's denn diese Pilze? Ich muss zumindest ein bisschen Blue Life bringen, also... Oh. Ich bin halt mehr als gar nicht, also das Ding. Wenigstens ein bisschen was. Oh, ein Zwergchen. So. 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 Gehen wir mal ein bisschen weiter. In die Mitte rein. In die Mitte. Kämpfen noch. Kämpfen zwar. So. 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 So.